Oh, die bin schon wieder Detektiv. Ach, dann auf einmal nicht mehr, ne? Ja, wenn jetzt zehn Leute stehen, dann wiesig. Ja, ich bin jetzt gerade alleine, kannst, komm. Ja, hast du mal Glück gehabt, ne, dass ich verschwunden hab? Nee, du bist traitor. Auch knapp dran vorbeigeschossen, ne? Ja, das ist gut, Gott sei Dank. Warte mal bitte zum Beispiel, ich such mir die Mikrowellen, komm. Wir machen eine Heelstation, einen Heelstation-Stapel. Okay. The Heelstation for the Micro... In jedem Haus gibt's eine, oder? Ja, ich hab drei. Hinten hab ich eine geholt, jetzt gibt's noch die zwei Häuser, glaub ich, hier. Ich hab Fragile, guck mal. Ich hab Fragile. Fragil. Ist das eine Bombe? Nee, das ist Fragile. Bombe? Guck. Da steht Fragile drauf. Hast du dir eine Bombe hingetan? Nö. Ich hab das gelesen. Mann, schade. So, geh da auf. Ich hab auch eine, komm. Ist jetzt eine Bombe drin? Ja, geh da weg. Was? Ich hab grad gedacht, das ist echt Tiff. Ich hab da einfach eine Dinges hingeworfen. Ach so, einfach so, wenn ich dann nicht... Ja, ich hab hier grad die Ladung. Hier, Delay. Ich hab die Ladung durchs Buses durchsucht. Ja. Und da waren Fragile drin. Guck, lies das. Fragile. Was ist da drin? Mach mal auf. Da ist eine Bombe drin. Das erlaubt die Engine nicht. Vorsicht, Fragile. Oh. Oh. Ja. Bleib doch bei mir. Fragile. Ich bin Detective, muss mir gar nichts zu sagen. Versuch die Mikro richtig rumzudrehen. Ja, warte. Dann such mich mal. Komm ich mich verstecken. Warte, ich mach schon. Warte. Warte. Hallo Nemito, Fragile. Hinter dir. Und? Explodiert die gerade auf, Fragile? Hat sie sich umgedreht? Ja. Ne, warte. Alles gut, alles gut. Warte, warte. Such mich. Stuhl, geh weg. So. Oh ja. Wiebt ihr eine ganze Zeit Granaten? Oh Gott. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Personal Achievement hier. Nix von mir. Jetzt stell ich mich noch oben drauf. Was ist das? Ah, Modano! Oh. Ah, hier ist Blut hier. Hier ist Blut hier. Du steckst in der Tech. Oh scheiße. Wo ist jemand gestorben? Hier ist das passiert. Ihr habt's geschafft. Okay. Ich hole dich später wieder. Danke. Hallo. Hallo. Ein Traitor? Oh Gott. Was steht denn bei mir? Ich bin Inno. Detective ist tot und ein Traitor ist tot. Okay. Peter? Ja bitte. Du hast mir eine Schrotflinte geholt. Ich hab mir eine Schrotflinte geholt. Ja. Ich hab ein Fenster geöffnet. Ich hab ein Fenster geöffnet. Ich sag's jetzt an. Ich steck in meinen Mikrowellen. Wieso? Peter oder Ursa? Warum nicht Zombie? So gesagt. Peter, Ursaft oder Zombie? Alle drei. Äh lol. Das war jetzt. Mit meiner 16. Hä? Du hängst in der Decke. Ja. Er hat sich auf die Mikrowellen gestapelt. Was? Es hat ihn gerettet. So. Perfekt. Aber davon muss ich unbedingt einen Screenshop machen. Oh. Kaputt gemacht. Nein. Wow. Schön. Hey, wo wusstet ihr denn jetzt, dass es Peter war? Weil Ursaft hat ihn abgeschossen und mich erschießen wollte. Achso. Und sich gegenseitig angegreift. Ja, ich hab auf ihn geschossen. Ich wusste, dass die Fragile noch nützlich sein werden. Ja, total. Dann hab ich mich bedroht gefühlt. Ich wollte mich grad hinterher verstecken. Und ich dachte, er sieht mich. Nein. Alter. Hallo. Du musst fliehen. Lass ihn mal testen. Warte, warte, warte. Möchtest du dich da noch da hinstellen? Peter. Fangen sie in meinen Fragilen. Warte. Lass die jetzt fallen ohne einen zu töten oder ich geb dir einen Headshot. Warte. Ist Manu Detective? Ja. Okay, Peter. Tötet Peter. Wie soll ich das denn machen sollen? Tötet Peter. Er hat mit Absicht. Er hat mit voller Absicht jemanden getötet. Warte. Genau. Alle stellen sich im Weg. Wer ist gestorben? Er Delay. Der stand voll im Weg. Oh. Ich sollte die loslassen und er stellt dem Weg. Ich hab gesagt loslassen ohne einen zu töten. Ich glitsch in dir fest. Ja, ich kann doch nicht sagen, wenn einer weg steht. Ja, ja. Töte Peter. Willst du dich nicht weiter hoch? Ja. Ich glitsch in dir drin. Der Plan ist einfach. Wo ist die Delay? Los, lass die Schaukel los. Nein, das ist nicht gut. Die Schaukel ist schon losgelassen. Das ist nur ein Glitch, dass das noch so rumhängt. So. Da ist irgendwas explodiert. Hallo? Ich muss mich schützen mit Feuer. Ja. Der ganze Skateboardpark brennt. Ah, das Delay. Ihr werdet mich nie bekommen. Ich rette ihn, Maudado. Mit was wurde er getötet? Mit einer Schaukel? Ist er eine Schaukel abgebildet? Ich bin safe. Komm, wir gehen mit ihm zum Spielplatz. Wir gehen mit ihm zum Spielplatz. Wir gehen mit ihm zum Spielplatz. Maudado, der Spielplatz ist kein angewesster Ort für Ende. Aber das war sein letzter Wunsch. Also wenn du Innocent bist, ne? Dann war das die dümmste Aktion ever. Boah, willst du das wissen, Maudado? Hä? Ich hab mit ihm geredet. Pass auf, ich sollte ihn loslassen. Wie soll ich das denn sonst machen? Und da hat er gemeint, falls ich heute sterbe. Ja, aber Delay stand genau im Weg. Guck mal, ich schieß dich noch niemals an. Dann möchte ich auf den Spielplatz. Ich schieß dich an. So wie es halt auch jeder andere Mensch wollte. Hä? Wie behinder bist du denn, dass du ihn tötest? Obwohl vorhin gesagt wurde. Ja, jetzt. Tanz komm, Delay. Kletter. Und du sagst, ich soll sie loslassen. Ich bin echt guter Kletterer. Ich will auch mitklettern. Willst du auch klettern? Och man, ich wollte dich gar nicht killen. Läuße. Wie schön stirbst du denn? Du willst klettern. Alter, da vorne. Zumbe? Da. Wir klettern nur. Wir klettern. Hey, wir klettern hier. Was macht ihr? Hast du... Nein. Seid ihr meinen Traitor? Da läuft jemand. Nein, die sind gestolpert. Renn rein, Zumbe. Und identifizier. Rette alles. Okay. Wo sagt er eh noch? Hm. Ah. Ah. Danke für den Tipp. Ja, schief. Danke, Peter. Du hast alle auf dem Gewissen. Manu will auch klettern. Nein, du warst nervös. Oh da, du hättest es als Spielplatzunfall. Genau. Manu, du bist schuld an allem. Du sagst, ich soll die loslassen und jeder stellt sich so eine Reihe von der Schaut. Ja, da geht zur Seite, damit du mich nicht triffst oder so. Ja, klar. Du bist schuld an allem. Ja, ich hab ja gesagt, ihr seid gestolpert oder es hat irgendwie keiner geklaut. Also ich mein, ich wollte es ja, aber du hättest es anders machen können. Oh, das ist süß. Oh, cool. Kein Auswicklung drin. Oh, das sieht geil aus. Ich mach alle in der Reihe auf. Zombie, du bist zu meiner Poolparty eingeladen. Poolparty? Ja, ja. Peter? Poolparty? Warte, wo ist ein Poolloft? Oh, da hinten in der Ecke. Wo sind die Luft stehen, Peter? Poolparty. Nein. Ja, Poolparty. Poolparty? Manu und Maudado sind nicht eingeladen. Was? Ich bin Detective. Ich bin bei Manu immer noch. Manu Debitur natürlich. Dann geh doch weg mit deiner Schrot. Ich bin bei einem Pool. Wo bist du, Usoft? Bei welchem Haus ist der Pool? Warte, ich muss das Wasser noch wärmen. War das da hinten? Doch. Komm. Ich glaub, wir sind nicht hier bei Twitter. Aber ich geh ihn durchschwimmen. Wo kommst du denn nicht raus? Ja, das stimmt ja die ganze Zeit. Ich hab das Wasser warm gemacht. Ich hab ne Mikrowelle drin. Wird er geschossen? Achso, ich hab das reingepinkelt. Hast du das reingepinkelt? Hallo. Kann der Detektiver kommen, die Tür klemmt? Hä? Ich bin grad im Pool bis etwa. Wir brauchen mehr Leute. Ich bin ins Wasser gesprungen. Wieso denken alle, ich schieß die ganze Zeit? Was habt ihr? Ist doch grad irgendjemand geschossen oder nicht? Bild ich mir Sachen ein? Ich hab nichts gehört. Mein Gott. Ich steck gleich meine Maus auf. Ich spiel ohne Maus. Der Tür ist kaputt, glaub ich. Ich find das echt nicht gut, dass ihr mit Waffen schwimmt. Ja, ich auch. Oh, da wurde auf Usoft geschossen. Da brennt jemand. Du hast ertrunken, ich hab Schaden. Achso. Ne, du hast gebrannt. Du hast kurz gebrannt, Usoft. Das heißt, irgendjemand, der nicht hier ist, ist ein Anzünder. Ich bin durch, Peter. Guck. Alter, ich ertrinke. Ich ertrinke. Usoft, hör auf. Hör auf. Hör auf. Hallo. Oh. So, als Strafe musst du jetzt aus dem Pool raus, Usoft. Dafür, dass du ertrunken bist. Boah, das ist mir aber echt ein bisschen hart. Oh. Du musst jetzt auf dein Zimmer. Ja. Was geht bei euch so ab, dass ihr so schreit? Hä? Ich baue ja die ganzen Fenster kaputt. Achso. Auf in dein Zimmer, Usoft. Und da kommst du auch so schnell nicht mehr raus. Nein, Papa. Nein. Nein. Denk drüber nach, was du getan hast. Bringt sich nicht einfach so um. Richtig. Oh, Dado. Wer ist denn mein Bruder? Hier sind zwei Betten. Naja, du brauchst zwei Betten, falls das eine mal kaputt geht. Sehr fürsorglich. Da muss man schon sagen. Da hab ich's gedacht. Ja, also, die Reihe, ich hab gehört, nur noch du lebst und der andere... Nein, ich lebe auch noch. Ich lebe auch noch. Wir leben doch alle noch. Komm. Er schwimmen heimlich. Oh, da kann man ja... Jaaaa! Runter. Cool. Das kann man hier unten machen. Oh! Auf der Map gibt's nen Zug? Ja. Ähm, ich bin natürlich nicht beim Zug. Bitte nicht töten. Jetzt sieht er aus, als ob ich fliegen würde. Wollte so am Kichern. Ach Morado, du bist Detective. Delay? Warte mal. Warum hast du ihn rausgelassen? Er hat mich dazu überredet. Manu Strater, Manu Strater. Nein, deswegen muss es Manu sein. Weil Delay hat mit Osaf gespielt. Mit einer Leiche. Und kein anderer. Kein... Dario, der schwimmt. Warst du es die ganze Zeit? Ich bin es nicht. All die Jahre. All die Jahre. Boah, hör auf zu schwimmen. Mein kleiner Bruder war grad da. Er schießt! Ja. Ich wusste es. Sag... Ja. Das war klar. Schnell! Spring weg! Schwimm um dein Leben, Delay! Oh, du schwimmst nicht mehr. Wohin? Wohin? Ich weiß es nicht, zu Zombie. Zombie ist in dem Haus. Da drüben. Da auf dem Dach! Aua! Wieso schießt ihr auf mich? Weil Delay mit Leichen spielt. Das war der Inno-Bewweis. Da oben ist er. Und ich hab einen Traitor getötet. Das aber ist wichtiger, dass ich Leichen getötet bin. Das mit Leichen war wichtig. Mach nicht mehr, Inno. Alter, genau. Die Sprotblende ist effektiver als ein Sniper. Wow! Hey, wo war dein C4, Manu? Hatte keins. Im Haus da, wo ich Peter getötet hab. Okay. Und die Töter Bundes meinst du? Oh. Oh. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Ja, er geht jetzt schaukeln. Usaf, du hast zu viele eingeladen, sonst hätte ich dich einfach angezündet und gesagt, oh guck mal, uns ist ganz schön heiß, wir sollten in den Pool gehen. Aber du hattest zu viele Badegäste, die alle so aggressiv waren. Hast du mich wirklich angezündet gehabt? Ja, wird nicht. So. Ich dachte, ich hätte einen Ertrinkungsschaden bekommen. Warum waren wir aggressiv? Oh. Wir wollten verhindern, dass Usaf stirbt und dann wurden wir aggressiv. Dann musste er auf sein Zimmer. Ja. Manu, guck auch einfach nur bei euch vorbei und ihr schießt ihn direkt tot. Oh, ich hab jetzt 2% weniger Schaden.